Ich bin Soray Stolle, 61 Jahre und heute gehe ich zur Tagesstätte nach Diebals. Hallo! Hallo Soray! Hallo Soray! Hallo Soray! Na, gut angekommen! Ja! Manchmal ist mir das einfach ein bisschen alles zu laut. Das ist einfach Entspannung für mich und ich habe hier meine Ruhe und die brauche ich zwischendurch einfach. Hallo Soray! Hallo! Soray, ich habe etwas Neues für Sie vorbereitet. Mögen Sie da mal gucken? Ja, gerne. Da habe ich an Sie gedacht und dachte, das würde bestimmt passen. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Ja, das ist ja wunderbar. Ja, das ist ja wunderbar. Wir können ja noch einmal Hallo sagen. Ja, stimmt. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Hallo Reinhard. Hallo. Hallo. Hallo Reinhard. Hallo Reinhard. Hallo. Hallo Reinhard. Hallo Max. Sieht gut aus. Danke. Also, ich kann mich umgekommen. Ich mache ja auch mal auf ... Mach mal, dann möchte ich auch in die Gemeinschaft. Dass ich mit anderen Leuten zusammen bin. Wir machen Ausflüge. Und das genieße ich auch. Ich bin mal gespannt. So, jetzt zeig ich Ihnen das mal. Ja. Ach, da liegt das ja schon. Okay, es geht um diese Teile, die ich vorbereitet hab. Und da denk ich, da haben Sie so viel Erfahrung gesammelt. Da könnten Sie schon mal mit anfangen. Die wollen wir für den Garten machen. Die sollen nachher hingestellt werden. Viel Spaß. Ja, danke. Wir haben hier eine Garderobe hergestellt. Wir haben Lampen hergestellt. Tische haben wir zusammengebaut. Die Steine, die wir draußen haben, da haben wir jeder dran gearbeitet. Das Besondere für mich ist, dass ich eine Tagesstruktur hab. Die brauch ich einfach. Wenn ich so in den Tag hinein lebe, das kenne ich auch nicht von mir. Weil ich hab immer eine Tagesstruktur gehabt. Und solange ich das noch kann, möchte ich das auch beibehalten. Und solange ich hierher kommen darf, möchte ich auch natürlich hierher kommen. Und ganz los, wenn man интересt. sicher TRA động. So kommtется schon sowas eigentlich ein. Und sehr viel scary, die wir draußen sind. Und dannyal Willkommen ebenfalls das Plane? Ich mache kurz die Parl còn, die wir draußen in想nung laufen. Vielleicht wird das bei mir arbeiten. Und sehr viel holes murder.